Welche Möglichkeiten der Handlungserklärung Wir beschäftigen uns heute mit verschiedenen Methoden der Politikwissenschaft. Und dazu ist es nützlich, zunächst erstmal allgemein zu klären, welche Möglichkeiten der Handlungserklärung allgemein existieren in den Sozialwissenschaften. Und die Politikwissenschaft ist ja ein Teil der Sozialwissenschaften. Wir stellen uns einen Fall vor, einen jungen Mann, 25 Jahre alt, der möglicherweise keinen Schulabschluss hat, in einem Pariser Vorort wohnt, in einer typischen Banlieue, arbeitslos und den ganzen Tag, ich sage das mal, etwas abwertend oder klischeehaft rumlungert. So, wir haben also sein Alter, wir haben sein Geschlecht, wir haben seinen Bildungsstand, wir haben verschiedene Faktoren, wissen also ein bisschen was über ihn und können daraus, wenn wir eine hohe Fallzahl solcher Leute haben, ableiten, wie wahrscheinlich es ist, dass er, 25 Jahre alt, eine radikale Partei wählt. Und können dann Wahrscheinlichkeiten natürlich daraus ableiten. Wir nennen das probabilistische Kombination von Personen- oder Gruppenmerkmalen, das sogenannte Hempel-Oppenheim-Schema oder deduktiv-nomologisches Modell, weil es eben darauf ausgerichtet ist, Gesetzmäßigkeiten zu definieren. Was wir hier haben, ist ein weiteres Problem, denn wir verschieben im Prinzip nur das Erklärungsproblem. Wir wissen nicht, ob er sich rational verhält, wir wissen nicht, ob er sich an bestimmten Normen orientiert oder an größeren Sinnzusammenhängen, die vielleicht die Gruppe, in der er sich bewegt, konstituiert. Deswegen ist dominant, eigentlich in der vergleichenden Politikwissenschaft, ein Modell, das wir Rational Choice nennen, also rationales Handeln, das auf der utilitaristischen Handlungsphilosophie von David Hume beruht und vom Homo economicus spricht. Das heißt, es geht hier um ökonomische Handlungstheorien. Wir setzen voraus, dass der 25-jährige Mann aus dem Pariser Vorort weiß, was seine Präferenzen sind, also er weiß, was er wählen möchte ganz genau, er kennt seine Interessen, er maximiert seine Präferenzen normalerweise durch ein Handeln und seine Präferenzen lassen sich dann normalerweise im interaktiven Kontext durch Kommunikation, durch Überredungskünste dann auch nicht verändern. Das ist sehr dominant in der vergleichenden Politikwissenschaft. Es gibt aber noch andere Handlungsmodelle, zum Beispiel das normorientierte Modell, was so ein bisschen darüber hinausgeht. Häufig werden dann auch Interessen und Normen gegeneinander ausgespielt. Wir haben gehört, dass Normen sich definieren als wertegestützte, intersubjektiv geteilte Erwartungen angemessenen Verhaltens und dieser 25-jährige Mensch bewegt sich in einer Gruppe, wo bestimmte durchaus sanktionierte soziale Erwartungen angemessenen Verhaltens formuliert werden. Das sind komplexe, internalisierte Werte, Selektionsregeln, Gebote, Verbote. In der Soziologie hat das eine große Tradition über Emil Dürkheim, der von der Theorie sozialer Tatsachen spricht, oder Talcott Parsons, der eine normativistische Systemtheorie entwickelt hat. Aber das greift auch noch nicht weit genug, wenn wir eine noch reichere Erklärung haben wollen. Und da ist in einigen Bereichen der Soziologie, aber auch der Politikwissenschaft zunehmend interessant, die Kulturtheorie. Kulturtheorie als kognitiv-symbolische Strukturen, kollektive Sinnmuster, die bestimmtes Verhalten ermöglichen, anderes Verhalten als illegitim ausschließen. Es geht also um Strukturen des Wissens, die in einer Gesellschaft, also über die kleine Gruppe dieses 25-Jährigen hinausgehen. Nicht jedes Handeln ist normorientiert, nicht jedes Handeln ist rational. Hier müssen wir davon ausgehen, dass eine bestimmte Ratio, ein bestimmtes Verhalten durch breitere kulturelle Muster dessen, was gut ist, was schlecht ist, ermöglicht werden. Man könnte sagen, dass das die dichteste, aber auch komplizierte Standungserklärung in den Sozialwissenschaften ist. Und deswegen bevorzugen doch viele Sozialwissenschaftler die ersten beiden Varianten, nämlich Korrelation oder Rational Choice.